In dem vorherigen Video haben wir gesehen, wie Logikgatter aus Transistoren, Dioden und Widerständen erstellt werden können. In diesem Video werden wir den Aufbau elementarer Computerschaltkreise aus Logikgattern kennenlernen. Computer verarbeiten Daten überwiegend in Form dualer Zahlen... ...die auch als Zweiersystem oder Binärsystem bezeichnete Zahlendarstellung verwendet nur zwei Symbole, 0 und 1. Im Gegensatz dazu verwendet das Dezimalsystem 10 Symbole. Beim Zählen wird die niederwertigste Stelle, also die am weitesten rechts stehende Ziffer, um 1 erhöht. Erreicht die niederwertigste Stelle im Dezimalsystem den Wert 9, so wird die nächst höherwertige Stelle, welche sich eine Position weiter links befindet, um 1 erhöht und die Zählung startet an der niederwertigsten Stelle wieder bei 0. Für die dezimale Zählweise erhalten wir die hier zu sehende Zahlenfolge. Das Zählen im Dualsystem folgt exakt den gleichen Regeln, mit Ausnahme der Tatsache, dass nur zwei Symbole verfügbar sind, weshalb die Zählung an der aktuellen Stelle erneut bei 0 beginnt und die nächsthöhere Stelle um 1 erhöht wird, sobald eine Stelle den Wert 1 erreicht hat. Jede Stelle einer Dualzahl entspricht einer Zweierpotenz, wobei die ganz rechts stehende Stelle 2 hoch 0, die nächsthöhere 2 hoch 1, 2 hoch 2 und so weiter entspricht. Die am weitesten rechts stehende Ziffer wird auch als least significant bit, die englische Bezeichnung für am wenigsten bedeutende Einheit, die am weitesten links stehende Stelle als most significant bit, also als höchstwertige Einheit bezeichnet. In der Computersprache wird eine binäre Stelle, im englischen Binary Digit, kurz als Bit bezeichnet und es handelt sich hierbei um die kleinstmögliche Informationseinheit. Ein Byte wiederum besteht in der Computerlogik üblicherweise aus 8 Bit. Damit kann ein Byte 2 hoch 8, also 256 unterschiedliche Dualzahlen darstellen, welche üblicherweise die Zahlen 0 bis 255 repräsentieren. Ein Bit kann in einen elektronischen Schaltkreis durch ein Bauteil wie ein bistabiles Kippglied integriert werden, das zwei unterschiedliche Zustände einnehmen kann. Anstelle der in einem vorangegangenen Video verwendeten diskreten Bauteile kann ein bistabiles Kippglied auch wie hier zu sehen aus zwei überkreuz gekoppelten NOR-Gattern erstellt werden. Wann immer der Schaltkreis mit einer Spannungsversorgung verbunden wird, hängt der Anfangszustand von den elektrischen Eigenschaften der verwendeten Bauteile ab. Das Ausgangssignal an Q kann entweder logisch HIGH oder LOW sein. Nehmen wir an, diese sei auf LOW-Level. Die Eingangssignale an R und S sind ebenfalls auf LOW. Beide Eingänge des oberen NOR-Gatters sind damit auf LOW, womit sich als Ausgangssignal ein HIGH-Pegel ergibt. Der Ausgang des oberen Gatters ist mit einem der Eingänge des unteren Gatters verbunden, womit einer dessen Eingänge auf HIGH und somit der Ausgang auf LOW ist. Der Zustand des Schaltkreises ist stabil. Q-QUER ist auf HIGH-Level und bringt damit den Ausgang Q des überkreuz gekoppelten unteren Gatters auf LOW-Pegel, was wiederum das obere Gatter von Q-QUER auf HIGH-Pegel hält. Wird Eingang S auf HIGH-Pegel gebracht, so ändert sich der Zustand des Schaltkreises. Der Ausgang des oberen Gatters wechselt von HIGH auf LOW-Pegel, wodurch sich beide Eingänge des unteren NOR-Gatters auf LOW-Pegel befinden. Der Ausgang des unteren Gatters gibt dadurch auf HIGH-Pegel, wodurch sich beide Eingänge des oberen Gatters ebenfalls auf HIGH-Pegel befinden. Der Schaltzustand ist ebenfalls stabil. Q ist jetzt auf HIGH-Pegel, während Q-QUER LOW ist. Fällt Eingang S zurück auf LOW-Pegel, so bleibt der Schaltzustand der Ausgänge durch die Rückkopplung über Kreuz erhalten. Während beide Eingänge auf LOW-Pegel sind, befindet sich der Schaltkreis im Erhaltungszustand, die englische Bezeichnung lautet HIGH-State. Wird Eingang R auf HIGH-Pegel gebracht und Eingang S gleichzeitig auf LOW-Pegel belassen, so wechselt Q von HIGH auf LOW und zwingt den Ausgang Q-QUER des oberen Gatters durch die Rückkopplung an den Eingang gleichzeitig zum Wechsel von LOW auf HIGH. Während des HOLD-State behält Q seinen Schaltzustand bei. Eingang S wird mit SET wie SETZEN bezeichnet, da dieser Eingang den Ausgang Q auf HIGH-Pegel bringt, während Eingang R mit RESET wie RÜCKSETZEN benannt wird, da dieser den Ausgang Q auf LOW-Pegel zwingt. Ausgang Q verhält sich komplementär zu Q-QUER und es gilt die Gleichung Q ist nicht Q-QUER. Den Zustand, in dem sich beide Eingänge auf HIGH-Pegel befinden, bezeichnet man als verbotenen Zustand, im englischen als forbidden state oder restricted combination. In diesem Zustand, der auch als dritter Zustand bezeichnet wird, sind beide Ausgänge Q und Q-QUER auf LOW-Pegel und die logische Gleichung Q ist nicht Q-QUER ist nicht erfüllt. Im normalen Betrieb einer Speicherzelle darf dieser Zustand nicht eintreten. Auch dieser Schaltzustand ist stabil. Solange der verbotene Zustand an den Eingängen anhält, bleiben beide Ausgänge auf LOW-Pegel. Abhängig davon, welcher Eingang als erstes wieder zurück auf LOW-Pegel fällt, ist anschließend Q oder Q-QUER auf HIGH-Pegel. Der Schaltkreis wird als RESET-Z, kurz als RS-Flipflop, bezeichnet. Bereits ein kurzer Puls an einem der beiden Eingänge reicht aus, um Ausgang Q zu setzen oder zurückzusetzen. Ist der Ausgang bereits zurückgesetzt, so bewirken weitere HIGH-Pegel am RESET-Eingang keine Änderung des Zustands an den beiden Ausgängen. Gleiches gilt für den SET-Eingang und der verbotene Zustand mit LOW-Pegeln an beiden Ausgängen ergibt sich bei HIGH-Pegeln an beiden Eingängen. Die Ansteuerung eines Flipflops in Computerschaltkreisen erfolgt üblicherweise durch elektronische Signale und nicht durch mechanische Schalter. Unter Verwendung zweier NAND-Gatter kann ebenfalls ein bistabiles Kippglied aufgebaut werden. Ausgang Q befindet sich bei der hier rechts zu sehenden NAND-Schaltung oben, während dieser bei der NOR-Schaltung links im Bild unten ist. Die Steuerung von SET und RESET erfolgt bei der NAND-Schaltung über ACTIV-LOW-Pegel, was durch S-QUER und R-QUER gekennzeichnet wird. Ein LOW-Pegel an Eingang S bei gleichzeitigem HIGH-Pegel an R setzt Ausgang Q auf HIGH-Pegel. Das Rücksetzen erfolgt durch einen LOW-Pegel am R-Eingang bei gleichzeitigem HIGH-Pegel am S-Eingang. Der Erhaltungszustand tritt ein, wenn beide Eingänge auf HIGH-Pegel sind... ...und der verbotene Zustand ergibt sich bei Anliegen von LOW-Pegeln an beiden Eingängen, wobei sich die Ausgänge in diesem Fall auf HIGH-Pegel befinden. Durch Einfügen weiterer Logik-Gatter an den Eingängen des RS-Flipflops entsteht ein sogenanntes getaktetes oder auch taktzustandsgesteuertes RS-Flipflop, die englische Bezeichnung lautet GATED-LATCH. Ist Eingang C, stehend für CTRL oder CLOCK auf LOW-Pegel, so sind die Ausgänge der beiden UND-Gatter ebenfalls auf LOW, womit sich die Eingänge des nachgeschalteten RS-Flipflops im HOLD-State befinden. Kippt C auf HIGH-Pegel, so wird das GATE, die englische Bezeichnung für TOR, durchlässig und der Zustand des Data-Eingangs wird auf Ausgang Q übertragen. Der Ausgang wird auf LOW gesetzt, wenn auch D auf LOW-Pegel ist, und umgekehrt. Eingang C wird bisweilen mit dem Buchstaben E für ENABLE bezeichnet. Wie zu sehen, ändert sich der Zustand von Ausgang Q nicht, solange der CLOCK-Eingang auf LOW-Pegel ist. Nur bei Anliegen von LOGICH HIGH am CLOCK-Eingang wird der Zustand von Eingang D an den Ausgang weitergeleitet. Die Konfiguration des taktzustandsgesteuerten RS-Flipflops verhindert das Anlegen des verbotenen Zustands an den Eingängen des bistabilen Kippgliedes. Ein NAND-RS-Flipflop kann durch zwei weitere NAND-Gatter in ein taktzustandgesteuertes RS-Flipflop verwandelt werden. Die NAND-Gatter am Eingang invertieren die Eingangssignale, womit ein LOW-Pegel am C-Eingang den Erhaltungszustand an den Eingängen des RS-Flipflops generiert, also HIGH-Pegel an den Eingängen S-Quer und R-Quer. Verursacht durch die Signallaufzeiten kann in der Animation für kurze Zeit der verbotene Zustand mit LOW-Signal an beiden Eingängen des RS-Flipflops beobachtet werden. Weiterhin befinden sich die Ausgänge Q und Q-Quer kurzfristig auf gleichem Potential. Auch wenn die Zeichnungen die Vorgänge in einem getakteten Flipflop nicht exakt wiedergeben, solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass die Signallaufzeit des gesamten Schaltkreises mit jedem hinzugefügten Logik-Gatter zunimmt. Wird euer Computer mit einer zu hohen Taktrate betrieben, so kann der Inhalt der Speicherzelle zerstört werden. Wie zu sehen, vergehen etwa 50 Nanosekunden, in denen die Signale an den Eingängen des Kippgliedes nicht dem Idealzustand entsprechen. Auch an den Ausgängen vergehen etwa 50 Nanosekunden bis der Wechsel der Zustände erfolgt ist. Die Speicherzelle darf daher nicht zu jedem Zeitpunkt ausgelesen werden, um falsche Dateninterpretation zu verhindern. Drei NAND-RS Flipflops sind erforderlich, um ein taktflankengesteuertes, genau genommen ein vorderflankengesteuertes D-Flipflop zu kreieren. Wann immer der Clock-Eingang auf Low-Pegel ist, befinden sich beide Eingänge des rechten Flipflops auf High-Pegel, unabhängig vom Zustand des Data-Eingangs, womit sich das Flipflop im Erhaltungszustand befindet und den vorherigen Zustand speichert. Abhängig vom Zustand des Data-Eingangs wird Q gesetzt oder zurückgesetzt, wenn der Clock-Eingang von Low auf High-Pegel wechselt. Nur in dieser sehr kurzen Zeitspanne muss das Data-Signal stabil bleiben, um zuverlässig übernommen werden zu können. Auch wenn der Clock-Eingang auf High-Pegel bleibt, behält Q nun seinen Zustand bei, selbst bei einem Wechsel des Data-Signals. Das vorderflankengesteuerte D-Flipflop erfasst den Wert des Data-Eingangs an der steigenden Flanke des Glock-Signals. An der fallenden Flanke tritt keine Änderung der Signale an den Ausgängen auf. Die aus sechs integrierten NAND-Bausteinen erstellte Schaltung arbeitet noch nicht perfekt. Wie zu sehen wird der Zustand am Ausgang beibehalten, wenn das Clock-Signal Low ist. Beim Übergang von Low auf High wird Ausgang Q wie erwartet gesetzt, wenn D auf High-Pegel ist, und das Gatter behält diesen Zustand auch bei einem Wechsel des Eingangssignals bei. Beim Wechsel des Clock-Signals von High auf Low wird der Ausgang jedoch zurückgesetzt, was nicht sein dürfte. Beim Blick auf das Oszillogramm am oberen Eingang des rechten Flipflops ist zu sehen, dass hier beim Loslassen des Kontakts am Glock-Eingang kurz hintereinander mehrere Schaltpulse auftreten. Ursache hierfür ist das sogenannte Prellen, das bei mechanischen Schaltern immer zu beachten ist. Weiterhin treten Rückkopplungen zwischen den sechs NAND-Gattern auf, die ebenfalls hochfrequente Störsignale verursachen. Beseitigt werden die Störungen durch Anbringen eines Tiefpasses bestehend aus einem Widerstand und einem Kondensator an jedem der beiden Eingänge des rechten Flipflops. Nun reagiert das taktflankengesteuerte Flipflop wie erwartet und wechselt den Zustand am Ausgang nur bei steigender Flanke des Clock-Signals. Durch den Tiefpass steigt die Gatterlaufzeit des Schaltkreises deutlich an. Es vergehen etwa 0,9 Millisekunden bis das Signal am Ausgang anliegt. Flipflops sind als integrierte Schaltkreise erhältlich, wobei sich üblicherweise mehrere Flipflops auf einem Chip befinden. Der hier zu sehende Baustein verfügt über zwei Flipflops, die das Signal an der positiven Flanke übernehmen. Es wird jedoch nur ein Flipflop verwendet. Die Eingänge werden mit Hilfe elektronischer Signale angesteuert. Die Gatterlaufzeit ist deutlich kleiner als bei dem vorherigen Schaltkreis. Um mehr als nur ein einzelnes Bit speichern zu können, müssen mehrere Flipflops miteinander verschaltet werden. Sind die Flipflops in Serie angeordnet, wobei der Ausgang eines Flipflops mit dem Dateneingang des folgenden Flipflops verschaltet ist und wird ein gemeinsames Clock-Signal verwendet, so bezeichnet man den Schaltkreis als Schieberegister, im englischen als Shift-Register. Mit jeder steigenden Flanke des Taktsignals werden alle Bits in der Kette um eine Position verschoben. Während des Schreibvorgangs wird das jeweilige Datenbit des gesamten Bytes am D-Eingang des ersten Flipflops gelesen und mit jedem steigenden Signal am C-Eingang werden alle Bits um eine Position nach rechts verschoben. Mit der steigenden Flanke des Clock-Signals übernimmt der Ausgang eines Flipflops den momentanen Zustand seines D-Eingangs, also den Zustand des Ausgangs des vorangeschalteten Flipflops, und nach 8 Zyklen ist ein Byte in dem 8-Bit-Register gespeichert. Das Datenbyte kann nach Abschluss des Schreibvorgangs im parallelen Modus an den Ausgängen Q1 bis Q8 ausgelesen werden. In das hier zu sehende Schieberegister wird die Binärzahl 100111101 stehend für die Dezimalzahl 157 geschrieben. Beim parallelen Auslesen muss sichergestellt sein, dass der Lesevorgang nicht während des Schreibvorgangs ausgelöst wird, da man in diesem Fall falsche Daten erhält. Wie wir später noch sehen werden, kann ein Puffer zu dem Schaltkreis hinzugefügt werden, um eine Änderung der Daten am parallelen Ausgang während der Schreiboperation zu verhindern. Der Schaltkreis ist ein Serial-In, Parallel-Out Register. Wird das Register durch ein Taktsignal angesteuert, kann die gespeicherte Information auch am Ausgang Q8 des rechten Flipflops gelesen werden, was als Serial-In, Serial-Out Modus bezeichnet wird. Mit jedem Takt wird das Bit an diesem Flipflop herausgeschoben und verworfen, weshalb dieser Lesemodus im Englischen als Destructive Readout, also zerstörendes Lesen, bezeichnet wird. Die Schaltung eines Vielzweck-3-Bit-Registers ist deutlich komplexer. Das Register kann in verschiedenen Modi betrieben werden. Ist der Load-Eingang deaktiviert, also auf Low-Pegel, so arbeitet das Register im seriellen Modus, wobei Daten an DI in die Speicherzellen geschrieben und mit jeder steigenden Flanke des Taktsignals um eine Position hin zum DO-Ausgang verschoben werden. Ein einzelner Puls am Enable-Eingang kopiert den Status des Schieberegisters in den Ausgangspuffer und somit an die Ausgänge Q1 bis Q3. Der Ausgangspuffer verhindert das Auslesen ungültiger Werte während des Schreibvorgangs und das Register arbeitet im Serial-In, Parallel-Out Modus. Werden weitere Pulse auf den Glock-Eingang gegeben, so können die Daten am DO-Ausgang im seriellen Modus ausgelesen werden. Wird der Load-Eingang aktiviert, also auf High-Pegel gebracht, so wird der Status der Eingänge D1 bis D3 in das Schieberegister kopiert, sobald das Glock-Signal ansteigt. Ein einzelner Takt reicht zum Einlesen aus. Werden die Daten anschließend seriell ausgelesen, so nennt man diesen Modus Parallel-In, Serial-Out. Ein einzelner Puls an den Reset-Eingängen löscht den Speicher, wodurch alle Bits auf Null gesetzt werden, was deutlich schneller geht als drei Nullen im seriellen Modus zu schreiben. Zusätzliche Flipflops können an den DO-Ausgang angeschlossen werden, um den Speicherplatz zu erweitern. Eine Gesamtzahl von 8 Flipflops ermöglicht die Speicherung eines Bytes. Hier ist ein 8-Bit-Shiftregister mit den gepufferten Ausgängen Q1 bis Q8 zu sehen. Der Status der Ausgänge bleibt auf Low, während die Daten über den seriellen Eingang in das Shiftregister geschrieben werden. Erst ein kurzes High-Signal am Storage Register Clock Eingang schreibt die Daten im Shiftregister in den Puffer der 8 Ausgänge. Die Ausgänge können mit einem High-Signal am Output Enable Eingang deaktiviert werden, ohne dass die Daten im Puffer gelöscht werden. Sobald dieser Eingang wieder auf Low-Signal fällt, liegen an den Ausgängen die gespeicherten Werte erneut an. Ein Low-Signal am Clear Eingang löscht die Daten im Shiftregister. Erst ein High-Signal am Storage Register Clock Eingang löscht anschließend auch den Ausgangspuffer. Wird nach jeder steigenden Flanke des Clock Signals ein High-Signal auf den Storage Register Clock Eingang gegeben, so kann der Schreibprozess des Shiftregisters beobachtet werden. Die Daten können so auch seriell an Q8 ausgelesen werden. Die Daten können so auch seriell an Q8 ausgelesen werden. Ist der Select-Eingang deaktiviert also auf Low-Pegel, so wird das Signal an Eingang A zum Ausgang weitergeleitet, während das Ausgangssignal Eingang B entspricht, wenn ein High-Pegel anliegt. Ein Demultiplexer verteilt ein einzelnes Eingangssignal auf einen von mehreren Ausgängen. Bei dem hier gezeigten Schaltkreis wird der Eingang an Ausgang A weitergeleitet, wenn das Select-Signal auf Low-Pegel ist. Ausgang B wird angewählt, wenn das Select-Signal auf High-Pegel ist. Der jeweils deaktivierte Ausgang bleibt auf Low-Pegel. Mit einem Multiplexer kann eines von mehreren Eingangssignalen zu einer einzelnen Datenleitung gesendet werden, während ein Demultiplexer verwendet werden kann, um das Eingangssignal auf einen von mehreren Ausgängen umzuleiten. Bei dem hier verwendeten 2 in 1 Multiplexer und dem 1 in 2 Demultiplexer ergeben sich vier Datenkanäle, die über eine einzelne Leitung laufen. Das JK-Flipflop stehend für Jump-Kill ist dem zuvor gezeigten RS-Flipflop sehr ähnlich. Ist der J-Eingang auf High-Pegel während sich der K-Eingang auf Low-Pegel befindet, springt Ausgang Q auf High. Ist J auf Low-Pegel und K auf High-Pegel, so wird Ausgang Q getötet. Sind beide Eingänge auf Low-Pegel, so behält der Ausgang seinen Zustand bei. Gehen beide Eingänge auf High-Pegel, so nimmt das Ausgangssignal den komplementären Zustand zum aktuellen Status ein, das Signal schaltet um, was im Englischen als Toggle bezeichnet wird. Um dieses Verhalten implementieren zu können, muss ein taktflankengesteuerter Schaltkreis mit einem zusätzlichen Glockeingang aufgebaut werden, da es nicht möglich ist sicherzustellen, dass J und K wirklich gleichzeitig auf High-Pegel gehen. In der Animation wird zunächst das Kill-Signal gesetzt, während der Glockeingang auf Low-Pegel ist. Wechselt das Glockeingang auf High, bleibt der Zustand am Ausgang des Flipflops erhalten. Erst wenn der Glockeingang auf Low zurückgeht, wird Ausgang Q zurückgesetzt. Ein Wechsel der Signale an den Eingängen wird erst an den Ausgang weitergeleitet, wenn das Glocke-Signal erneut von High auf Low fällt. In der Animation wird der Ausgang gesetzt, da in diesem Augenblick der Jump-Eingang auf High-Level ist. Gehen J und K auf High-Pegel, so wechselt der Ausgang seinen aktuellen Schaltzustand mit jedem Zyklus des Glocke-Signals. Durch die Takt-Flanken-Steuerung kann bei keiner Kombination der Eingangssignale ein undefinierter Zustand an den Ausgängen des JK-Flipflops auftreten. Die Funktion wird hier an einem realen Schaltkreis gezeigt. Erneut sind an den Eingängen des Flipflops ganz rechts zwei Kondensatoren eingefügt, um hochfrequente Störsignale, die beim manuellen Betätigen der Eingänge auftreten, abzublocken. Das Flipflop wechselt seinen Schaltzustand nur an der fallenden Flanke des Glocke-Signals. Sowohl bei Low-Pegel am Glockeingang... ...als auch bei High-Pegel wird das Signal am J- bzw. K-Eingang nicht an die Ausgänge weitergeleitet. Sind J und K auf High-Pegel, so wechseln die beiden Ausgänge Q und Q-quer ihren Zustand mit jeder fallenden Flanke des Glocke-Signals. Hier ist ein JK-Flipflop als integrierter Schaltkreis zu sehen. Die Eingänge J und K sind miteinander verbunden, womit sich der Schaltkreis wie ein T-Flipflop verhält. T steht dabei für Toggle. Ist Eingang T auf Low-Pegel, so behält der Ausgang seinen aktuellen Zustand bei, während das Ausgangssignal mit jeder fallenden Flanke am Glockeingang hin und her springt, wenn der Toggleingang auf High-Pegel ist. Ein T-Flipflop teilt die Frequenz des Eingangssignals bei Anliegen von Logisch High am T-Eingang durch 2. Ordnet man mehrere hinterflankengesteuerte T-Flipflops in einer Reihe an, wobei der Ausgang Q des einen Flipflops mit dem T-Eingang des nächsten verbunden ist, so erhält man einen Zähler im Dualsystem. Das Eingangssignal ist mit dem Glockeingang des Flipflops ganz links verbunden und alle T-Eingänge sind auf High-Pegel. Mit jeder fallenden Flanke des Eingangssignals wird die Dualzahl um 1 erhöht. Auch wenn die Animation vermuten lässt, dass alle Flipflops gleichzeitig ihren Zustand mit der fallenden Flanke des Eingangssignals wechseln, so gibt es durch jeden Baustein in der Kette eine leichte Verzögerung. Die Umschaltung erfolgt asynchron, weshalb es sich um einen asynchronen Zähler handelt. Beachtet, dass das niederwertigste Bit der Dualzahl in dem Flipflop ganz links gespeichert wird. Die Gatterlaufzeit jedes Flipflops wird in der Reihe des asynchronen Zählers aufaddiert, während das Takt-Signal den Schaltkreis in Richtung Q5 durchläuft. Die Animation zeigt den Übergang von 0,1,1,1,1 entsprechend Dezimal 15 zu 1,0,0,0,0 entsprechend Dezimal 16. Die Ausgänge schalten in einer Wellenbewegung, im Englischen als Ripple bezeichnet, von links nach rechts, weshalb der Schaltkreis auch als Ripple Counter bezeichnet wird. Während das Takt-Signal durchgereicht wird, werden kurzzeitig die falschen Zahlwerte 0,1,1,1,1,0,0, Dezimal 12, 0,1,0,0, Dezimal 8 und 5 mal die Null, Dezimal 0 generiert. Beachtet, dass sich das Least Significant Bit, also die niederwertigste Stelle, auf der linken Seite befindet, während Dualzahlen üblicherweise mit dem LSB auf der rechten Seite geschrieben werden. Die hier zu sehende reale Schaltung ist seitenverkehrt zur Animation aufgebaut. Das niederwertigste Bit und somit auch der Glockeingang des Zählers befinden sich rechts und die Zahlendarstellung stimmt mit der üblichen Schreibweise überein. Gezählt werden die Schaltpulse eines mechanischen Tasters, der mit einem Tiefpass entprellt wird. Wie zu sehen ist die Wellenbewegung des Ripple-Effekts mit bloßem Auge nicht wahrzunehmen, womit dieser Effekt in vielen Anwendungen vernachlässigt werden kann. Nur im Oszillogramm ist die durch die Flipflops verursachte Verzögerung zu sehen. Der Ripple-Effekt tritt an der fallenden Flanke des Takt-Signals auf und mit einer einfache Lösung für das Problem darin besteht, den Leseprozess nur an der steigenden Flanke des Takt-Signals zu starten. Um einen Synchronzähler zu erhalten, muss das externe Takt-Signal mit den Glockeingängen jedes Flipflops des Zählers verbunden sein, womit alle Flipflops ihren Schaltzustand gleichzeitig mit der steigenden Flanke des externen Takts wechseln. Durch Einfügen von UND-Gattern kann gesteuert werden, dass das jeweilige Flipflop seinen Schaltzustand nur ändert, wenn die Ausgänge aller vorherigen Flipflops auf High-Pegel sind. In der Animation wechselt Flipflop Nummer 1 ganz links mit jedem Puls des externen Takt-Signals den Zustand seines Ausgangssignals, während Nummer 2 seinen Zustand nur ändert, wenn der Ausgang von Flipflop 1 auf High-Pegel ist. Nummer 3 wechselt, wenn Flipflop 1 und 2 auf Logisch High sind, was durch das linke UND-Gatter sichergestellt wird, und so weiter. Schließlich wechselt Flipflop Nummer 5 ganz rechts, welches die höchstwertige Stelle repräsentiert, nur dann seinen Zustand, wenn alle vier vorangeschalteten Flipflops auf Logisch High sind, was durch alle 3 UND-Gatter in dem Schaltkreis sichergestellt wird. Die Animation zeigt erneut den Übergang von 0,1,1,1,1, also Dezimal 15, zu 1,0,0,0,0, also Dezimal 16. Die Ausgänge aller fünf Flipflops wechseln gleichzeitig ihren Schaltzustand, womit die Gatterlaufzeit des Schaltkreises dem eines einzelnen Flipflops entspricht und es ist kein Welleneffekt zu beobachten. Die Gatterlaufzeit der UND-Gatter beeinflusst nicht die Laufzeitverzögerung an den Ausgängen des Zählers, jedoch die maximale Frequenz des externen Takt-Signals. Der nächste Impuls sollte nicht gestartet werden, bevor alle Gatter ihren Endzustand entsprechend der Ausgangszustände aller Flipflops erreicht haben. Auch Zähler sind als integrierte Bausteine erhältlich. Hier ist ein 4-Bit-Auf- bzw. Abwärtszähler zu sehen. Pulse an dem hier links befindlichen Eingang bewirken, dass der Baustein aufwärts zählt... ...während Pulse an dem mittleren Eingang von dem binären Ausgangswert abgezogen werden. Ein einzelner Puls an dem rechten Eingang setzt den Zählwert auf 0 zurück. Erreicht das Ergebnis den Maximalwert 15, erlicht die rote Diode ganz links. Mit dem nächsten Puls beginnt die Zählung bei 0 und die rote LED wird wieder eingeschaltet. An dem Ausgang der roten LED kann der Aufwärtseingang eines weiteren Zählers angeschlossen werden, womit man einen 8-Bit-Zähler erhält. Zwei Zahlen zu addieren, üblicherweise Dual-Zahlen, ist eine häufige Aufgabenstellung von Computern. Werden zwei einstellige Dual-Zahlen miteinander addiert, so erhält man vier mögliche Ergebnisse. Die Addition kann durch ein End- sowie ein XOR-Gatter verwirklicht werden. Die einstelligen Dual-Zahlen A und B werden addiert und das Ergebnis ist an den Ausgängen Summ und Carry, also Summe und Übertrag, abzulesen. Das Carry-Signal repräsentiert einen Überlauf in die nächst höhere Stelle. Der dezimale Wert der Summe errechnet sich zu 2 hoch 1 mal c plus 2 hoch 0 mal s. Der Speicher von Computern ist immer begrenzt. Ein 1-Bit-Register kann 2 hoch 1, also 2, ein 8-Bit-Register 2 hoch 8, also 256 unterschiedliche Dual-Zahlen speichern. Ist das Ergebnis einer Berechnung größer als die maximale Zahl, die ein vorhandenes Register darstellen kann, so tritt die Überlaufbedingung ein. Das Ergebnis von Fall Nummer 4 ist eine zweistellige Dual-Zahl, während die beiden Summanden einstellige Dual-Zahlen sind. Eine Addition kann durchgeführt werden, indem die beiden Summanden untereinander geschrieben und dann spaltenweise beginnend mit der rechten Spalte addiert werden. Erzeugt das Ergebnis einer Teiladdition einen Überlauf, das heißt das Ergebnis ist eine zweistellige Zahl, so wird die höherwertige Stelle auf die nächste Spalte übertragen. Diese Methode funktioniert nicht nur für Dezimal-Zahlen, sondern ebenfalls für Dual-Zahlen. Werden zwei Dual-Zahlen nach der Spalten-Methode addiert, so müssen bis zu drei einstellige Zahlen in einem Durchgang addiert werden. Die möglichen Resultate sind in der Tabelle aufgelistet. Einen elektronischen Schaltkreis, der die Addition von bis zu drei einstelligen Dual-Zahlen abbilden kann, nennt man einen Volladdierer. Bei der Addition zweier Dual-Zahlen kann ein Volladdierer den Überlauf der nächst niederwertigen Stelle einlesen und den Überlauf an den Volladdierer, welcher die nächst höhere Stelle repräsentiert, weiterleiten. Zwei mehrstellige Dual-Zahlen können aufaddiert werden, indem mehrere Volladdierer in Reihe geschaltet werden, wobei Carry-In mit Carry-Out der nächst niederwertigeren Stelle verbunden ist. Lediglich an der niederwertigsten Stelle ganz rechts genügt ein Halbadierer. Hervorgerufen durch die Gatterlaufzeit wird das Carry-Out-Signal verzögert an die nächst höhere Stelle weitergeleitet und der Schaltkreis rippelt ähnlich dem Asynchron-Zähler, weshalb der hier zu sehende Addierer im Englischen als Ripple Carry Adder bezeichnet wird. Während der Addition von 175 und 165 werden aufgrund des Ripple-Effekts die falschen Zwischenergebnisse 266 und 320 produziert. Beachtet, dass das Carry-Out-Bit der höchstwertigen Stelle nach der Addition gesetzt ist, was zeigt, dass das Ergebnis zu groß für ein 8-Bit-Register ist. Während bei der Addition zweier Zahlen unter Umständen die Überlaufbedingung auftritt, so kann das Ergebnis einer Subtraktion einen Wert kleiner als 0 ergeben. In der elektronischen Datenverarbeitung repräsentieren unterschiedliche Datentypen unterschiedliche Zahlwerte. Eine vorzeichenlose 8-Bit-Ganzzahl kann Werte von 0 bis 255 darstellen, während eine vorzeichenbehaftete 8-Bit-Ganzzahl Werte von minus 128 bis plus 127 repräsentiert. Bei der vorzeichenbehafteten Darstellung repräsentiert das Bit ganz links das jeweilige Vorzeichen. Der Wert ist negativ, wenn dieses 1 ist, da der Wert des höchstwertigen Bits bei der Umrechnung ins Dezimalsystem von der Summe aller niederwertigeren Bits abgezogen wird. Unter Beachtung der hier gezeigten Darstellung vorzeichenbehafteter Zahlen, die man als Zweierkomplement bezeichnet, wird aus der Dezimalenzahl plus 127 die 8-Bit-Dualzahl 0, 7 mal die 1. Invertieren aller Stellen und Addieren von 1 ergibt minus 127 im Dezimalsystem. Bedenkt, dass das höchstwertige Bit das Vorzeichen repräsentiert und dieses ist 1, also handelt es sich um eine negative Zahl. Generell kann eine Subtraktion nach dem hier zu sehenden Schema in eine Addition umgewandelt werden. Die Subtraktion von 17 minus 97 kann in die Addition 17 plus minus 97 verwandelt werden, wofür 8-Bit-Dualzahlen benötigt werden. Die Dualzahl 01100001 repräsentiert plus 97 im Dezimalsystem. Invertieren aller Stellen und Addieren von 1 ergibt minus 97 im Dezimalsystem. Das Ergebnis der nun folgenden Addition im Dualsystem lautet 10110000, was nach der Darstellung im Zweierkomplement der Dezimalzahl minus 80 entspricht. Der Ripple Carry Adder kann in einen Ripple Carry Subtractor verwandelt werden, in dem XOR-Gatter an den B-Eingängen eingefügt und ein Volladdierer an der niederwertigsten Stelle verwendet wird. Ein weiteres XOR-Gatter wird mit dem Carry Out-Ausgang des höchstwertigen Volladdierers ganz links verbunden. Eingang M für Mode steuert den Verwendungszweck des Schaltkreises. Ist M low, so ist das Carry In-Signal des Volladdierers ganz rechts ebenfalls low und der Schaltkreis arbeitet als Addierer, wie zuvor bereits gezeigt. Das Ergebnis von 97 plus 17 ist, wie erwartet, 114. Ist M high, so ist das Carry In-Signal des rechten Volladdierers ebenfalls high, womit zum Ergebnis eine 1 addiert wird. Je ein Eingang der XOR-Gatter wird auf high-Pegel gebracht, womit die Bits von Register B an den Ausgängen der XOR-Gatter invertiert werden. Der Schaltkreis arbeitet als Subtrahierer. Nach den falschen Zwischenergebnissen, minus 114, minus 84, minus 88 und minus 96, die durch den Ripple-Effekt verursacht werden, erhalten wir schließlich die Dezimalzahl minus 80 als Ergebnis. Hier sind zwei 4-Bit-Volladdierer in Form integrierter Schaltkreise zu sehen. Die beiden zu addierenden Zahlen an den Eingängen können durch entsprechende Verdrahtung auf dem Steckbrett codiert werden. Das Ergebnis ist nach einer nicht wahrnehmbaren Verzögerung an den roten LEDs an der unteren Reihe abzulesen. In einem Computer werden die Eingänge des Addierers durch Register mit Daten versorgt, womit der Prozess sehr schnell abläuft. Die obere Reihe mit den grünen LEDs entspricht dabei dem Wert von Register A, die untere mit den gelben LEDs dem Wert von Register B. Das Ergebnis von 175 plus 165 ergibt wie zu erwarten 340. Das Carry-Out-Bit des zweiten Addierers ist gesetzt, da das Ergebnis nicht in ein 8-Bit-Register passt. Die in diesem Video besprochenen Schaltkreise und noch einige mehr sind in dem hier zu sehenden Mini-Computer vorhanden. Der Atmega-Baustein besitzt unter anderem 32 Arbeitsregister, 1 KB Arbeitsspeicher, 3 Zähler und einen Addierer. Wie oft ist auch hier die Schnittstelle zum Menschen in Form des LCD-Displays größer als der eigentliche Computer. Die Berechnungen werden als 8-Bit-Zahlen durchgeführt. Den falschen Datentyp für eine mathematische Operation zu verwenden, ist eine häufige Fehlerquelle beim Erstellen von Computersoftware. 63 minus 71 unter der Verwendung von vorzeichenlosen Ganzzahlen ergibt hier 248. Erst wenn vorzeichenbehaftete Ganzzahlen verwendet werden, erhält man den zu erwartenden Wert minus 8. Zählen ist ebenfalls kein Problem für den Computer und auch die Umrechnung ins Dezimalsystem kann durchgeführt werden. Auch hier macht sich die 8-Bit-Architektur des Rechners bemerkbar. Wird zum Zählwert 255 eine 1 addiert, so beginnt der Vorgang wieder bei 0. Unter Verwendung mehrerer Arbeitsregister für Stunden, Minuten und Sekunden können auch die 86.400 Sekunden eines Tages durchgezählt und in Form der Uhrzeit angezeigt werden. Soweit mein Video zu Computerschaltkreisen. Weitere Infos gibt's wie immer auf der Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald!